Heute habe ich mal wieder einen Fall für euch, der schon fast 200 Jahre alt ist. Er handelt von einer Frau, der eigentlich bis zuletzt niemand irgendetwas Schreckliches zugetraut hat. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Im Jahr 1832 wird Marianne Robson im Durham County in England geboren. Ihre Familie ist arm und Mariannes Kindheit ist beschwerlich. Sie wächst mit einem Bruder auf, nachdem eine Schwester von ihr bereits kurz nach der Geburt verstorben ist. Marianne wird von der Schule für ihre regelmäßige Anwesenheit und für ihr sauberes und ordentliches Erscheinungsbild gelobt. Als sie acht Jahre alt ist, zieht die Familie einige Orte weiter nach Merton und Marianne hat Schwierigkeiten, an der neuen Schule Freunde zu finden. Als sie neun ist, stirbt ihr Vater bei einem schrecklichen Unfall. Er fällt fast 50 Meter tief in einen Schacht in der Kohlenmine, in der er arbeitet. Ihre Mutter heiratet kurz darauf einen anderen Mann, der ebenfalls in der Kohlenmine arbeitet. Andernfalls hätte sie mit ihren Kindern aus dem Haus ausziehen müssen, das der Vater aufgrund seiner Tätigkeit für die Mine zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Marianne kommt nicht mit dem neuen Mann ihrer Mutter klar. Als sie 16 ist, verlässt sie ihre Familie und beginnt, als Krankenschwester im Nachbardorf zu arbeiten. Als sie 20 ist, lernt sie William Mowbray kennen. Sie heiratet ihn kurz darauf. William ist ebenfalls Minenarbeiter und er bekommt oft verschiedene Arbeitsorte in ganz England zugeteilt. Innerhalb der ersten vier Jahre ihrer Ehe bekommt das Paar fünf Kinder. Vier davon sterben bereits sehr jung. Marianne erzählt, dass sie alle Typhus gehabt hätten. Dies hält zur damaligen Zeit niemand für verdächtig. Mariannes Ehe mit William ist eher durchwachsen. Sie haben häufige Streitigkeiten. Nach seiner anstrengenden Tätigkeit als Minenarbeiter nimmt William schließlich einen Job auf einem Schiff an. Die Familie zieht nach Sunderland und William ist oft wochenlang für seinen Job unterwegs. Bevor Marianne 33 ist, bekommt sie noch vier weitere Kinder von William. Wieder sterben drei davon. Auch ihre älteste, noch lebende Tochter stirbt an der mysteriösen Erkrankung, eine Summe, die ihr Mann in etwa sechs Monaten verdient hätte. Nachdem sie ein kurzes Verhältnis mit einem Mann namens Joseph Netress hat. Im Jahr 1865 muss William längere Zeit seine Arbeit pausieren, da er sich am Fuß verletzt hat. Doch plötzlich erkrankt er ebenfalls schwer und verstirbt kurz darauf. Marianne erhält 35 Pfund aus seiner Lebensversicherung, eine Summe, die ihr Mann in etwa sechs Monaten verdient hätte. Nachdem sie ein kurzes Verhältnis mit einem Mann namens Joseph Netress hat, der allerdings bereits verheiratet ist, findet Marianne eine Anstellung im Krankenhaus von Sunderland. Dort lässt sie sich mit einem ihrer Patienten, George Ward, ein. Sie heiratet ihn noch im gleichen Jahr, doch George hat auch nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus weiter gesundheitliche Probleme. Er stirbt weniger als ein Jahr nach seiner Hochzeit mit Marianne und da er bereits zuvor erkrankt war, schöpft auch bei seinem Tod niemand wirklich Verdacht. Marianne erhält das Geld aus seiner Lebensversicherung. Ihre noch lebende Tochter Isabella wohnt inzwischen bei ihrer Großmutter. Marianne beginnt im Haushalt des Schiffsbauers James Robinson zu arbeiten. James ist verwitwet und hat vier Kinder. Kurz nachdem Marianne ihre Arbeit in seinem Haushalt aufnimmt, stirbt einer seiner Söhne nach einer plötzlichen, kurzen Erkrankung. Marianne, die behauptet, es sei Typhus gewesen, tröstet James und die beiden werden ein Paar. James möchte Marianne heiraten, doch dann erreicht sie eine Nachricht ihrer Mutter, die erkrankt ist und Mariannes Hilfe benötigt. Sie kehrt nach Hause zurück, doch als sie dort eintrifft, geht es ihrer Mutter bereits besser. Sie entscheidet sich, einige Tage dort zu bleiben. Auch ihre Tochter Isabella lebt ja bei ihrer Mutter. Doch während ihres Aufenthaltes, nach neun Tagen, verstirbt ihre Mutter plötzlich im Alter von 54 Jahren, obwohl ihre Krankheit sich zuvor stark gebessert hatte. Mariannes Stiefvater, mit der die Mutter immer noch verheiratet war, schöpft allerdings keinen Verdacht aufgrund ihres plötzlichen Todes und heiratet wenig später eine Nachbarin. Marianne kehrt mit ihrer Tochter Isabella zu James Robinson zurück. Doch Isabella erkrankt plötzlich an starken Magenschmerzen und stirbt nur zwei Wochen nach ihrer Ankunft in dem Haushalt. James Robinson allerdings heiratet Marianne wie geplant und sie bekommt im Jahr 1868 eine Tochter von ihm. Sie nennt sie wieder Isabella. Doch Isabella wird nur sieben Monate alt. Kurz darauf bekommt Marianne einen Sohn von James, den sie George nennen. Marianne beginnt, James zu nötigen, eine Lebensversicherung abzuschließen, doch er weigert sich. Anscheinend ist er der Erste, der Marianne gegenüber je misstrauisch wird. Er fragt seine beiden älteren Kinder über seine Frau aus und sie berichten ihm, dass sie sie losgeschickt hätte, um einige Dinge zu verkaufen, da sie dringend Geld gebraucht hätte. Dann findet er noch heraus, dass Marianne eine immense Geldsumme, fast ein Jahresgehalt, das sie für ihn zur Bank bringen sollte, von ihm gestohlen hat. Im Jahr 1870, nach weniger als vier Jahren, beendet er seine Beziehung mit Marianne. Ihren jüngsten Sohn George nimmt er in seine Obhut und der Junge überlebt, genau wie James Robinson. Die inzwischen 38-jährige Marianne ist nach ihrer Trennung von James erstmal obdachlos. Sie zieht durch verschiedene Städte und sucht nach einer Anstellung als Krankenschwester. In Wallbottle in Northumberland freundet sie sich mit einer Frau, Margaret Cotton, an. Margaret stellt ihr ihren Bruder Frederik vor. Frederik wohnt seit dem Tod seiner Frau mit seinen beiden Kindern bei seiner Schwester Margaret. Marianne beginnt sofort, sich mit Frederik und den beiden Kindern bekannt zu machen und besucht die Familie häufig. Doch wenig später stirbt Margaret. Mary Ann bietet Frederik sofort ihre Hilfe an und zieht bei ihm ein, um seine Kinder zu betreuen. In den folgenden Monaten bringt sie Frederik dazu, Lebensversicherungen für sich und seine Kinder abzuschließen. Sie wird von ihm schwanger und heiratet Frederik, obwohl sie offiziell eigentlich noch mit James Robinson verheiratet ist. Doch noch während ihrer Schwangerschaft findet sie heraus, dass Joseph Nettress, mit dem sie zwischen ihrer ersten und ihrer zweiten Ehe ein Verhältnis hatte, in einem Dorf im County Durham ganz in der Nähe lebt. Joseph ist inzwischen nicht mehr wie damals verheiratet und dies erregt sofort Maryanns Interesse. Nachdem Mary Ann ihren Sohn von Frederik auf die Welt gebracht hat, beginnt sie erneut ein Verhältnis mit Joseph Nettress. Nach einer Weile erzählt sie ihm, dass ihr Mann Frederik an Typhus erkrankt sei. Er stirbt und Mary Ann bleibt mit dem Gemeinsamen und mit den beiden älteren Kindern von Frederik zurück. Sie beginnt, ein Zimmer an Joseph zu vermieten und arbeitet außerdem noch im Haushalt eines Mannes namens John Quick Manning. Wenig später bereits erwartet sie ein Kind von John. Bevor es geboren wird, stirbt einer der älteren Söhne von Frederik sowie der kleine Sohn, den Mary Ann mit Frederik gemeinsam hatte. Auch Joseph, der Mann, an dem sie das Zimmer vermietet und mit dem sie ein Verhältnis hat, ist zu dieser Zeit bereits schwer erkrankt. Nachdem er nur Tage nach den zwei Jungen ebenfalls stirbt, legt Mary Ann ein Dokument vor, auf dem Joseph unterzeichnet hat, dass er ihr seinen gesamten Besitz hinterlässt. Als nächstes möchte Mary Ann Charles, den noch lebenden Sohn von Frederik, mit dem sie verheiratet war, aus dem Weg räumen. Sie schickt den Jungen selbst los, um das Arsen zu besorgen, mit dem sie ihn, genau wie ihre zahlreichen anderen Opfer, vergiften will. Doch da er zu jung ist, verkauft der Apotheker es ihm nicht. Charles fällt seiner Stiefmutter dennoch zum Opfer. Eine Nachbarin hatte das Gift für sie besorgt, in dem Glauben, dass Mary Ann es als Desinfektionsmittel benutzen möchte. Arsen war damals in Apotheken für Erwachsene freiverkäuflich. Als Mary Ann den Arzt aufsucht, um Charles' Sterbeurkunde zu bekommen, die sie braucht, um das Geld aus seiner Lebensversicherung zu erhalten, teilt der Arzt ihr mit, dass Charles' Tod von der Polizei untersucht werden würde. Deswegen kann er die Urkunde nicht herausgeben. Ein Mann, der bei der örtlichen Behörde arbeitet, Riley, hatte Verdacht geschöpft, nachdem Mary Ann, die sich auf der Suche nach einem Job an Riley gewendet hatte, ihm erzählt hatte, dass der Junge, Charles, ihr dabei im Weg sei, einen Job als Krankenpflegerin in ihrem Haus auszuüben. Dann hätte sie aber zu Riley gesagt, dass sich das von alleine erledigen würde und dass Charles, genau wie die restliche Familie Cotton, verschwinden würde. Wenige Tage später ist Charles tot, was für Riley ausgereicht hat, um sich bei der Polizei zu melden. Dass die Polizei gegen Mary Ann ermittelt, bleibt kein Geheimnis. Die Nachricht verbreitet sich in der ganzen Nachbarschaft und alle tuscheln über sie. Ihr derzeitiger Partner, von dem sie ein Kind erwartet, John Quick Manning, bricht den Kontakt zu ihr ab. Die Anwohner beginnen nun, sich zusammenzureimen, was tatsächlich mit den ganzen Menschen geschehen ist, die in Maryanns Umfeld gestorben sind. Nachdem Charles' Leiche exhumiert wird und der Gerichtsmediziner bei ihm tatsächlich Arsen feststellt, wird auch Joseph Nettres' Leiche exhumiert und auch bei ihm gelingt es, noch Arsen nachzuweisen. Mary Ann erklärt nach ihrer Festnahme, dass die Vergiftung vermutlich zustande gekommen sei, da Charles die Wände gestrichen und Farbe eingeatmet hätte. Zur damaligen Zeit war diese Farbe möglicherweise tatsächlich Arsen haltig. Vergiftung durch Produkte wie Farbe, Tapeten, Stoffe und so weiter waren nicht unbedingt eine Seltenheit. Doch durch die zahlreichen Zeugenaussagen über die vergangenen Vorfälle mit mehr als 20 Todesopfern gilt Mary Ann als mehr als nur verdächtig. Da allerdings die genauen Todesursachen ihrer früheren Opfer nicht mehr nachgewiesen werden können, wird sie lediglich wegen des Mordes an Charles angeklagt. Viele Personen können vor Gericht bezeugen, dass sie Mary Ann beim Kauf von Arsen gesehen haben. Der Arzt ihres zweiten Mannes, George Ward, sagt ebenfalls aus und bestätigt, dass George tatsächlich mehrere Erkrankungen hatte, doch er sagt, sein Tod sei ihm dennoch sehr plötzlich vorgekommen. Mary Ann selbst beharrt weiter auf ihrer Unschuld. Sie wird schließlich zum Tod am Galgen verurteilt, doch die Vollstreckung muss warten, bis sie ihr letztes, 13. Kind, ihre Tochter Marguerite, geboren hat. Marguerite und George, der Sohn, den sie gemeinsam mit James Robinson hat, sind ihre einzigen beiden überlebenden Kinder. Mary Ann Cotton wird im Jahr 1873 im Alter von 40 Jahren im Durham County hingerichtet. Mary Ann hat 21 Personen, davon elf ihrer eigenen Kinder, fünf ihrer Männer, ihre eigene Mutter, die Schwester eines ihrer Männer sowie drei Kinder ihrer Männer aus früheren Ehen umgebracht. Während sie für den Tod ihrer Ehemänner in den meisten Fällen Lebensversicherungssummen kassieren konnte, hatte sie durch den Tod ihrer eigenen Kinder keinen finanziellen Vorteil, so dass die Frage nach dem Motiv bleibt. Waren sie ihr, genau wie sie es über ihren Stiefsohn Charles berichtet hatte, einfach im Weg? Isabella hatte ja zunächst überlebt und ist ihrer Mutter dann, sofort nachdem sie, nachdem vermutlich ebenfalls von Mary Ann verursachten Tod ihrer eigenen Mutter, zu ihr zurückziehen musste, zum Opfer gefallen. Während sie ihre eigenen Kinder vermutlich innerhalb weniger Tage mit einer tödlichen Dosis vergiftete, hat sie ihren Männern das Gift wohl meist über einen längeren Zeitraum hinweg zugefügt und sie sind oft erst nach Wochen oder wie zum Beispiel in George Warts Fall nach monatelangen Qualen verstorben. Möglicherweise hatte Mary Ann Cotton in Wirklichkeit noch mehr Opfer. Dies war der Fall einer der schlimmsten Giftmörderinnen Großbritanniens. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung zu dem Fall unten in die Kommentare. Denkt auch daran, einen Daumen hoch dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Dadurch kann es von mehr Leuten gesehen werden. Und aktiviert noch schnell die Glocke, denn dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich! Bis zum nächsten Mal.